Achterbahn. Hoch, schnell, aufregend, spaßig und gelegentlich auch mal eine gute Gelegenheit, um sich eine Gehirnherschütterung zuzuziehen oder unfruchtbar zu werden. Hallo, ich bin Alex aka Spitz und heute stelle ich dir drei Achterbahnen vor, die die schmerzhaftesten waren, die ich persönlich je erlebt habe. Ein paar Bonus-Sachen wird es auch geben. Und wenn du mehr zu Freizeitparks und Achterbahnen erfahren willst, dann abonnier am besten jetzt schon mal. Wird mich riesig freuen. Ich habe gerade komplett mit dem Sound rumgefummelt noch, weil irgendwie dieses Mikrofon, das habe ich jetzt neu und auf einmal ist es viel lauter als vorher und jetzt muss ich ganz viele Einstellungen ändern. Also wenn der Ton nicht ganz ideal ist, verzeiht es mir, weil nochmal alles aufnehmen habe ich gerade echt keine Lust drauf. Außerdem möchte ich einmal ganz kurz noch sagen, dass alle diese Achterbahnen kein akutes Sicherheitsrisiko darstellen, sonst werden sie schon geschlossen. Sie sind alle in Europa, weil ich noch in keinem anderen Land, also in keinem anderen Land, ja Europa, das Land, ich kenne es nicht, weil ich noch in keiner anderen Gegend der Welt überhaupt eine Achterbahn gefahren bin. Deswegen, ja, die sind alle eigentlich sicher, sind alle nur einfach extrem unangenehm. Und bitte verklagt mich nicht Parks, die ich jetzt gerade dann gleich nennen werde. Wir fangen jetzt mit, das tut schon ziemlich weh an und arbeiten uns hoch bis zu, okay, das werde ich nie wieder fahren, das ist so schlimm. Ja, ich bin froh, dass ich daneben rausgekommen bin, um es übertrieben zu sagen. Und Platz Nummer 3 belegt, Cobra in Walibi, Belgien. Cobra ist ein Vekoma Boomerang. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, keine Sorge, hier kommt die Erklärung. Ein Vekoma Boomerang ist eine Achterbahn, die der Hersteller Vekoma hergestellt hat. Ne, Vekoma ist ein Achterbahnhersteller aus den Niederlanden, der sehr lange dafür bekannt war, sehr, sehr schlimme, billige, roughe Bahnen zu bauen. Und ja, die werden wir auch einige Male wieder auf dieser Liste finden. Eigentlich fast ausschließlich, merke ich gerade. In letzter Zeit haben sie sich deutlich verbessert. Also in den letzten Jahren haben sie sich einmal komplett umgekrempelt. Also jetzt sind die Sachen ultra smooth, ultra spaßig, supergeile Achterbahnen bauen, die jetzt zum Beispiel Fly in Phantasien ist vermutlich das populärste Beispiel. Allerdings kommt Cobra und alle anderen Vekoma Boomerangs eben aus dieser Zeit, wo sie eben noch extrem schlechte Achterbahnen gebaut haben und sind eben schlechte Achterbahnen. Das Ganze ist ein Standardmodell. Also das findet man überall auf der Welt. Das gibt es wirklich überall. Das ist quasi etwas, was man damals einfach off the shelf kaufen konnte. Also man musste nicht irgendwie speziell hingehen, sich was designen lassen. Es war einfach so, okay, das sind die Abmessungen. Da können wir das hinstellen. Wir kaufen das jetzt. Ich kann mal hier vielleicht einblenden, wie oft es Vekoma Boomerangs auf der Welt gibt. Wow, das ist zu viel. Denn wie der Name Boomerang schon vermuten lässt, ist das Ganze ein Shuttlecoaster. Das heißt, es gibt nur einen Zug, der einmal vorwärts und einmal rückwärts fährt und sich quasi mehrmals durch die Station durchbewegt. Ich glaube, das ist die beste Art, das zu erklären. Wir gehen aber einmal kurz den Fahrverlauf durch. Wir starten wie bei jeder Achterbahn in der Station, steigen in den Wagen, der leider hier auch nicht sonderlich gemütlich ist. Es ist ein bisschen eng reinzukommen. Die Bügel sind sehr hart und gehen über eure Schultern und sind dann auf Höhe eurer Schläfen oder eures Halses. Ich kann nicht reden. Hilfe, je nachdem, wie groß ihr halt seid. Und ja, aber egal, wie groß ihr seid, die Bügel werden noch bald ein Problem werden. Dann geht es rückwärts aus der Station raus auf einen Lift. Ich weiß gerade nicht, wie hoch er ist. Ich glaube, so um die 30 Meter oder so. Der tatsächlich überraschend lange dauert. Also dafür, dass es mega langsam, das ist jetzt noch nicht der schmerzhafte Teil der Bahn, Allerdings, als wir in Walibi-Bellien waren und ich Cobra gefahren bin, war das Ganze sehr ungemütlich, weil eben die Sonne sehr heiß auf uns drauf geknallt hat. Zum Glück waren wir eingekränkt. Und sobald man ganz oben angekommen ist, beginnt der unangenehme Teil. Denn man wird aus dem Catch-Car, das einen hochgezogen hat, ausgeklingt und fährt wieder nach unten durch die Station, was noch nicht so unbequem ist, aber schon ziemlich intensiv ist. Und halt, man schlackert ein bisschen hin und her. Man schießt aus der Station raus und in das Signature-Element der Bahn, also eigentlich hat sie nur zwei und das ist das erste, die Cobra-Rolle. Lustig, weil die Achterbahn heißt auch Cobra. Das Element sieht so aus. Keine Ahnung, wenn ihr Achterbahnelemente erklärt haben wollt, dann guckt dieses Video von PfirsichDrop an. Das ist ein viel besserer Achterbahn-YouTuber, als ich, der deutlich mehr Mühe in seine Videos steckt, als ich. Ja, checkt ihn aus. For real. Der ist deutlich, also wenn ihr denkt, meine Videos sind aufwendig, guckt euch das an. Long story short, man macht bei einer Cobra-Rolle zwei Überschläge, also einmal beim Reinfahren und dann wieder beim Rausfahren. Und beide diese Überschläge sind so unfassbar rough und unangenehm. Also man wird, in meinem Fall jetzt hier ungefähr, auf der Höhe war der Bügel bei mir, wird man ultra reingehauen. Man sieht es, glaube ich, auch auf der GoPro-Aufnahme, obwohl man da eine ziemlich gute Stabilisierung, eine Bildstabilisierung drin hat. Und auch bei der Ausfahrt, gerade bei der Ausfahrt, also wenn man sich wieder nach unten überschlägt, also wieder so nach unten fährt, also aus dem Element raus. Ich kann immer noch nicht reden, Hilfe. Da schlägt es in meiner Erinnerung nochmal am stärksten. Danach geht es ein Looping, der an sich ganz okay ist. Allerdings setzen dort schon Trim-Breaks ein, die dann den Zug verlangsamen, weil man dann wieder auf den Lift hochfährt. Aber die machen das Ganze auch irgendwie mega unangenehm. Ansonsten geht der Looping noch. Und ja, wie gesagt, man fährt auf den Lift rauf, wird dann wieder hochgezogen und macht das Ganze nochmal rückwärts. Ich weiß echt nicht, wer sich das ausgedacht hat. Vermutlich der Teufel höchstpersönlich, wenn es ihn denn geben sollte. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht hat er orange Haut und ein schlechtes Toupet. Politik in meinen Videos, ne? Ist ungewohnt. Aber ja, rückwärts, das Ganze ist echt nicht angenehm. Und ja, man kann sich da auch noch viel weniger darauf vorbereiten, weil man eben nicht genau weiß, was kommt. Also ich halt schon ein bisschen, weil man halt so ein bisschen das Layout schon kennt. Das ist ja nicht groß anders. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nochmal für Leute in der Allgemeinheit nochmal schmerzhafter sein wird. Weil die dann eben nicht mehr genau sich im Kopf merken können, was jetzt gleich kommt. Tatsächlich das Allerschlimmste an der Bahn fand ich allerdings die Endbremsung. Also man fährt, ne? Das Ganze wieder rückwärts lang. Durch die Station durch, wird langsam, wird etwas abgebremst. Fährt leicht auf den Lift wieder hoch, fährt dann wieder gravitationsbasiert nach vorne und wird dann so abrupt abgebremst. Zum Glück hatte ich das vorher noch gesehen und hat meinen Freunden direkt gesagt, hier, könnte ich kurz abspielen. Achtung, gleich die Bremsung ist sehr stark. So, klingt ein Mann, der wahre Angst verspürt. Die Angst vor einer abrupten Bremsung auf einer Achterbahn. Und damit zurück ins Studio. Warum bin ich Batman geworden? Aber ja, diese Bremsung kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man sie nicht kommen sieht oder sich nicht, ob sie vorbereitet, dass die nochmal so ein kleines Sahnehäubchen auf die scheiße Torte aufsetzt, die diese Achterbahn ist oder diese Achterbahn-Typen. Wie bereits gesagt, fand ich diese Achterbahn extrem schlecht und uninspiriert und wir haben auch überraschend lange dafür gewartet. Deswegen war das nochmal blöder für mich so ein bisschen. Tatsächlich bin ich auf dieser Tour vor ein paar Wochen, wo ich halt auch eben in Walibi-Belgien war. Könnt ihr da oben gerne auschecken, die Playlist nach diesem Video. Da habe ich auch einen anderen Vekoma-Boomerang gemacht, der deutlich besser war. Und das war Speed of Sound in auch einem Walibi-Park, nämlich Walibi-Holland. Und der hat neue Züge bekommen. Die haben Bügel, die so eine Weste über euch spannen und die harten Teile davon sind so weit weg, dass du quasi deinen Kopf nicht dagegen hauen kannst. Der war trotzdem nicht sehr angenehm. Hatte zwar einen coolen Soundtrack und wird irgendwie von der halben Achterbahn-Enthusiasten-Szene abgekultet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich den immer noch ziemlich meh finde. Außerdem werde ich jetzt zu jeder dieser Achterbahnen noch einen Vorschlag machen, womit man sie ersetzen könnte. Wobei ich bei Cobra in Walibi-Belgien nicht wirklich weiß, was man da hin machen könnte, weil viel passt nicht auf diesen Footprint. Also ganz vielleicht noch irgendein Flatride, also ein Karussell oder so. Aber eine neue Achterbahn wird schwierig. Vekoma, also das neue Vekoma, produziert tatsächlich auch Boomerangs mit Launches und coolen Elementen und so weiter. Da gibt es schon einen in China, meine ich, und einer wird gerade in Amerika gebaut. Aber, ja, die haben einen ganz anderen Footprint. Also die sind sehr schmal, sehr lang gezogen und würde da nicht hinpassen. Aber keine Ahnung, vielleicht kommen sie mal irgendwann mit so einem Replacement auf, dass man auf sowas hinstellen kann. Das wäre cool. Und mein Kamera-Akku geht gerade leer, sehe ich. Scheiße. So, jetzt habe ich einen neuen Kamera-Akku eingelegt, was sehr schmerzhaft, nein, nicht schmerzhaft, aber sehr aufwendig ist, weil meine Kamera da so ein bisschen finicky ist. Ist ja auch egal. Nummer zwei auf unserer Liste ist Gudrix im Park Asterix. Und das ist auch wieder eine Bahn von Vekoma. Sie hat die gleiche Schiene und die gleichen Züge wie Cobra, beziehungsweise alle anderen Vekoma-Boomerangs. Und ja, Vekoma habe ich ja gerade erklärt. Was ist, wenn ihr jetzt schon vergessen habt, dann lasst euch mal untersuchen, bitte. Ich glaube, das kann echt, es ist, also, ja, das sollte, also, dann ist wirklich hier oben dann, ja. Gudrix ist ein sogenannter Multilooper, das heißt, man hat einen Lift und dann ganz viele Inversionen, also über Kopfelemente, Loopings, Corkscrews, was auch immer das missglücktes Ding hier sein soll. Fragt mich nicht. Wie schon erwähnt, hat man genau die gleichen Züge wie auch auf Cobra und allen anderen Vekoma-Boomerangs. Das heißt, man hat echt nicht so einen geilen Sitzkomfort und die Bügel machen es nicht besser. Lustige Geschichte zu der Achterbahn. Ich war ja im Sommer diesen Jahr, nein, letzten Jahres, holy shit, das ist schon lange her, war ich im Park Asterix und auch im Disneyland Paris, die Blogs dazu könnt ihr da oben finden. Aber ich habe für diese Achterbahn nicht gewartet. Wir waren an einem relativ vollen Tag da und konnten alle Achterbahnen leider nur einmal fahren. Ich will auf jeden Fall bald nochmal dahin zurück, weil Teutatis ist, mh, und auch Osiris. Oh, mh, so geile Achterbahnen. Es ist so ein geiler Park und die bekommen einfach schon eine neue Achterbahn, what the fuck. Aber gut, Rix, habe ich schon meinen Freunden, die mit dabei waren, angekündigt, dass die Achterbahn echt scheiße sein soll. Und die haben dann gesagt, okay, geh du da hin, wir machen kurz Mittagspause. Haben wir dann auch gemacht. Ich bin da hin und auf einmal spricht mich so eine Frau an und wie Franzosen nun mal sind, sprechen sie nicht viel Englisch. Und dann hat die Frau mich so ganz gebrochen gefragt, so, ja, ob ich alleine da bin, weil sie hatten irgendwie noch so einen Skip-the-Line-Pass vom Park Asterix und haben mich dann irgendwie mitgenommen. Also ich habe nicht gewartet, ich bin auch irgendwie dann vor denen gefahren. Das war ganz komisch, ich habe es einfach so angenommen, wie es passiert ist. Und, äh, ja, ich verwende hier gerade, ihr seht gerade meine wunderschöne Reaktion, vermutlich immer mal wieder ignoriert, einfach wie verpickelt ich da aussehe. Es war warm und ich war damals noch ungesünder. Und das ist ein Jahr her. Ich bin jetzt erwachsen. Ich war da auch schon erwachsen. Also, obwohl, nee, warte, da war ich noch gar nicht erwachsen. Lol. By the way, gefällt dir das Video gerade? Wenn ja, gib mal gerne ein Like und abonnier auch gerne. Das ist beides kostenlos, freut mich riesig, unterstützt mich auch super gut. Ist beides, ne, kostenlos und, äh, ja, wir machen weiter mit dem Video, bevor ich hier wieder in die ganze Like- und Abo-Battle-Live verfalle, ne? Wollen wir ja nicht haben. Abonniert, 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 abonniert. Thematisierungsmäßig hat die Achterbahn auch nicht viel zu bieten. Also, McDonalds-Farben in leicht heruntergekommener Optik. Ein, äh, Wikinger-Schiff als Station, was, I guess, ganz nett aussieht. Und es sind wohl auch Ziegen in der Ride Area? Keine Ahnung, es sind halt Ziegen. Fragt mich nicht, warum. Und die Fahrt beginnt mit einem kleinen Dip aus der Station auf den Lift. Der fährt dann einen ganz hoch auf diese Höhe. Ich betreibe echt sehr wenig Recherche im Vorhinein und mach alles im Nachhinein, ne? Das merkt ihr schon. Und auf dieser finalen Höhe von angekommen, macht man einen kleinen Dip nach unten, eine Kurve nach links. Nach links, ja. Ich hab eine Links-Rechts-Schwäche, das auch noch. Und dann geht's in den Drop. Der ist nicht sonderlich spannend, also der macht nicht viel. Der ist halt einfach so eine Rampe, also keine Airtime, keine negativen G-Kräfte. Man fährt nach unten und zwar in dieses erste Element, was ich vergessen habe, wie man das nennt. Das ist wohl irgendwie so ganz besonders und das gibt's nur irgendwie zweimal auf so Achterbahnen. Beide davon sollen sich wohl echt scheiße fahren, weil das beides ähnlich gebaute Achterbahnen sind. Und ja, ihr seht ja gerade, was man da macht. Und ihr seht vermutlich auch schon, wie bekloppt die Schiene da teilweise gebogen ist. Also in diesem Element hier, das ein bisschen später kommt, sieht man das auch nochmal. Ich weiß nicht, was die sich da gedacht haben, als sie das gemacht haben. Also da haben sie sich echt gedacht so, oh, die Schiene. Also, so komfortabel muss eine Achterbahn noch nicht sein, ne? Das muss wehtun, komm, wir biegen mal einfach, wie wir lustig sind, ha! Und dann haben sie sich bestimmt auch noch gedacht, Bruder, viereckige Räder, das ist es. Denn die Bahn poltert wie verrückt. Dieses Shaping auf den Elementen ist so unfassbar bekloppt gemacht. Ich weiß nicht, wirklich nicht, was da schiefgelaufen ist. Und ich glaube sogar, es ist immer mal wieder irgendwelches Trackwork daran passiert. Also es wurde immer wieder erneuert und so weiter. Und, also zumindest habe ich überall Berichte davon gefunden. Und hier ist bestimmt gerade ein Foto, das ich einblende, wo Park Asterix das komplett in so Baugerüste eingehaust hat. Es hat nichts gebracht. Egal, was die da vor meinem Besuch gemacht haben, nichts hat davon was gebracht. Und nach allem, was ich höre, ist das Ding immer noch unfassbar scheiße. Also es fährt sich wie Müll. Das Shaping ist Dreck. Ein paar von diesen Standard-Elementen, also dieser Looping, fahren sich in Ordnung, weil das halt so ein Standard-Element ist. Da kann man nicht ganz so viel falsch machen zum Glück. Aber ja, diese besonderen Elemente, die sind einfach, ja, guckt sie euch an. Ich glaube, die müsst ihr nicht mal gefahren sein und ihr müsst nicht mal ein Achterbahn-Enthusiast sein, um zu verstehen, dass das nicht so aussehen sollte. Nicht so wie Koma. Böses wie Koma. Nein. Wenn ich richtig liege, war die Achterbahn zum Eröffnungszeitpunkt, glaube ich, sogar die mit den meisten Inversionen auf der Welt. Ist sie jetzt heute nicht mehr. Ist mir auch relativ egal, bin ich ehrlich. Aber das Schlimmste daran ist, die verdammten Franzosen, die das Teil lieben. Die Locals dort, also Park Asterix ist ja in der Nähe von Paris, also in Französien. Das heißt, Park Asterix, also die Crowd da in der Allgemeinheit, liebt diese Achterbahn aus irgendeinem Grund. Ich habe, also das kann ich vielleicht auch einblenden, das ist vielleicht ohne Ton nicht ganz so wirksam, aber in diesem Moment hier habe ich, als ich aus Gutrix rauskomme, zwei Leute gesehen, die begeistert von Gutrix runtergekommen sind und direkt wieder in den Eingang reingelaufen sind. Schaut euch dieses fassungslose Gesicht an. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Jan, if you're watching, you can write in the comments, why are Franzosen, oh Gott, ja, my English is great when I have to improve it, when I have to improvise, yeah, you know, why are Franzosen Masochists, why? I don't know, I think you, you don't like, you don't like Gutrix, aber, but, ja, ja. Für alle, die Jan nicht kennen, war das jetzt extrem verwirrend, das ist ein Planet Coaster YouTuber, den ich zufällig im Plopsaland getroffen habe auf meinem Trip neulich. Allerdings kommen wir nur zum spaßigen Teil, nämlich womit könnte man diesen Drecksack ersetzen, also nicht Jan, sondern die Achterbahn, denn dort haben wir deutlich mehr Fläche zur Verfügung und die Betreiberfirma von Park Asterix, das ist auch die gleiche wie in den Walibi Parks, nämlich, äh, Company des Alps ist es meine ich, glaube ich, wenn nicht. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren und die pumpen unfassbar viel Geld rein, ich hab's ja gerade schon erwähnt, Park Asterix kriegt unfassbar viele Neuheiten, die haben 2023 Teutates bekommen, ultrageile Bahnen, bekommen dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, ein Gerslauer Spinning Coaster und sollen noch viel mehr Erweiterungen über die nächsten Jahre bekommen. Neue Hotels, neue Achterbahnen und tatsächlich wohl auch ein Replacement für Gutrix irgendwann um 2027 rum, wenn ich das richtig gehört habe, kann aber auch sein, dass das irgendwann auf irgendeinem Forum nur Wunschdenken war, denn ich finde, wir haben ja gerade schon drüber geredet, Vekoma macht heutzutage echt geile Achterbahnen, also ich kann euch mal hier eine POV einbinden, das sieht schon so satisfying aus, wie das da sich um die Schiene windet und die Fahrfiguren, wunderschön, kein Mag-Produkt, aber boah, ich bin da richtig Fan von, ich liebe auch, wie die Schienen aussehen, für alle Leute, die nicht Season-Achterbahn-Enthusiasts sind, dann denken sie sich, what the fuck, warum denkt er sich jetzt hier bei der Schiene, oh geil, checkt das Smash or Pass aus. Aber ja, so ein moderner Vekoma-Looping-Coaster, vielleicht sogar mit ähnlichem Layout oder inspiriertem Layout, wäre ganz cool, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn so modern-day Vekoma, das ist ja im Prinzip einfach eine komplett andere Firma, ankommt und da so ähnliche Elemente macht mit neuen Twists und so ein bisschen und ein bisschen mehr Airtime und so weiter, könnte das eine echt geile Bahn sein, aber egal was ihr tut, Park Asterix, bitte kopiert nicht nochmal dieses Colour-Scheme. Rot und Gelb, das ist einfach so, das ist dann die McDonalds-Achterbahn, das ist hässlich, lass das, mach irgendwas cooles draus und stellt mich an, dafür am besten und bezahlt mich sehr gut, danke. Schönen Appel Baguette. Nun kommt der angekündigte Bonus, denn wir gehen, wir bleiben im Park Asterix, wir gehen nicht und zwar gehen wir in etwas vorderen Teil vom Park und zwar die zweite Achterbahn, die wir dort gemacht haben, nämlich Voldi-Ikare. Spricht mir bestimmt nicht so aus, das heißt übersetzt der Flug des Ikarus, ne, weil Park Asterix ist ja so ein bisschen auch so antik und so weiter, halt wie Asterix und Ikarus, ne, und so. Das Ganze ist eine Achterbahn von Sira, nicht von Vekoma, Sira ist ein deutscher Hersteller, den ihr sehr wahrscheinlich nur von so kleinen Kinderachterbahnen kennt, also zum Beispiel diese Standard-Layouts, die in Trips drin zu finden sind und auch in vielen Märchenwäldern steht dann immer so, das ist oft dann so eine Marienkäferbahn oder so, die extrem laut sind und sich nicht so geil fahren, aber I guess ganz nett für Kinder sind. Das hier ist allerdings keine Kinderachterbahn und ich weiß auch gar nicht, was genau das für ein Typ ist, man hat so ganz seltsame Zweiersitze, äh, nicht Zweiersitze, doch, man sitzt zu zweit auf einem Sitz, also vor dir kann auch noch jemand sein, zum Beispiel deine Freundin oder dein Freund oder Beziehungspartner, whatever, also wenn man einen hat. Und das Layout ist auch etwas zippier und macht eigentlich auch zu einem gewissen Punkt echt Spaß, es ist lustig, die Thematisierung ist überraschend gut gemacht, so wie so ein kleiner verfallener Tempel und so, ist eigentlich alles echt cool und die Kuriosität hat mir auch irgendwie gefallen. Aber dann, man hat ja auf einer Achterbahn oft Brake Runs, also Bremsen, wo man im Notfall die Wagen anhalten kann, damit eben mehr Leute auf der, mit, blablabla, ich kann nicht reden, Hilfe. Man hat sogenannte Blockbremsen und Blocksystemen, was verhindert, dass Züge ineinander fahren und deswegen hat man immer wieder so einzelne Bremsen auf der Strecke, das kennt man zum Beispiel auch am ehesten von einer wilden Maus. Das dient einfach dazu, dass man mehr Leute transportieren kann, weil man mehr Züge gleichzeitig sicher auf der Strecke haben kann. Und eine dieser Blockbremsen auf Volde Ikare hat das hier gemacht. Ja, praktisch eine Vollbremsung und weil man so viel Platz zum Bügel nach vorne hat, ich saß alleine, weil aus offensichtlichen Gründen, aber ich bin komplett nach vorne in den Bügel geflogen, das Ding hat mir so einen harten Schlag in den Magen verpasst. Und ich bin eigentlich dann sogar ganz froh mal zur Ausnahme, dass da niemand vor mir saß, den ich dann mit meinem Gewicht und der Zentrifugalkraft von dieser Bremsung auch noch in diesen Sitz gedrückt habe, äh, in diesen Bügel gedrückt habe. Ja, kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei vielen Leuten dazu führt, dass sie den kompletten Tag einfach knocked out sind, also nicht knocked out im Sinne von sie sind komplett ohnmächtig, aber dass ihnen dann den ganzen Tag lang schlecht ist, sie auf keine andere Achterbahn mehr gehen, was schon echt kacke ist. Allerdings ist der Rest der Bahn eigentlich ganz cool, wie ihr ja gerade schon gemerkt habt, deswegen ist das nur eine Bonusplatzierung, aber ja, wir verlassen jetzt mal den Park Asterix und gehen zu Platz 1 und das sind allgemein Vekoma-SLCs. Wir sind wieder bei Vekoma angekommen und SLCs steht für Suspended Looping Coaster, das ist ein Modell, das auch überall auf der Welt existiert, hier ist wie oft, wow, das ist viel zu viel. Und davon habe ich eben mittlerweile zwei gemacht, eben auch auf dieser Belgien- und Niederlande-Tour, beziehungsweise Benelux-Tour, ohne Lux, höhö. Und die waren auch in den beiden Valibi-Parks, das war einmal El Condor in Valibi-Holland, das war sogar der erste SLC, der jemals gebaut wurde. Dort hat es begonnen, dort wird es enden. Und Vampire in, äh, oh Gott, jetzt habe ich, Valibi-Belgien. Ich will immer Holland sagen, ich weiß nicht warum. Das sind, wie der Name schon sagt, Suspended Coaster, also Achterbahnen, wo man unter der Schiene hängt und ihr kennt das Modell vielleicht von MP Express, beziehungsweise Ironclaw aus dem Movie Park. Äh, was noch, äh, Toxic Garden oder beziehungsweise Limit im Heide Park und, ja, ich glaube, es gibt noch ein paar andere Parks, wo dieses Teil existiert in Europa. In Amerika steht das auch überall rum und wenn ihr sowas mal gefahren seid, dann denkt ihr entweder, ui, das war aber intensiv oder wenn ihr es besser wisst, dann wisst ihr, oh, scheiße, das war eine der schlimmsten Achterbahnfahrten auf der Welt. Warum reißen die das Teil nicht ab? Warum sind diese Dinger nicht illegal? Der erste SLC, den ich gefahren bin, war eben in Valibi-Belgien. Das war Vampire, passendes Thema, ein Blutsauger. Und von der Präsentation her ist das eigentlich ganz cool. Also diese Station ist cool gemacht und dass man über so eine Brücke geht, ist cool und so. Die Bahn sieht sogar ganz okay aus. Allerdings ist sie halt Vekoma-typisch extrem rough. Und hier hat man eben so ganz große bulky over-the-shoulder restraints, wo man schön seinen Kopf reindengeln kann. Ich habe mich extra so nach hinten versteift. Hat nicht viel gebracht. Das Ding hat gerüttelt wie Sau. Man fährt halt, ne, man fährt den Lift hoch. Ich glaube, die Dinger sind auch nochmal irgendwie 30 oder irgendwas da drüber Meter hoch. Hat so eine curved Abfahrt, die absolut nichts macht. Und dann so ab der Hälfte merkst du, oh, scheiße, das schlackert wie die Hölle. Und dann fährt man eben durch mehrere Inversionen. Und gerade diese Rolle hier, der Eingang in diese Rolle und der Ausgang, waren so ein harter Schlag. Ich weiß nicht, was da ist. Also es war echt so BAM! Auf einmal wurde ich so zur Seite geschleudert. Es war nicht angenehm. Und El Condor ist nochmal ein anderes Biest. Tatsächlich hat diese Bahn auch neuere Züge bekommen. Also wie Speed of Sound, was ich gerade bei den Vekoma-Boomerangs erwähnt habe, hat man hier eine Weste. Also man hat keine harten Bügel. Trotzdem rüttelt das Ding wie die Hölle. Und irgendwie haben sie es hinbekommen, dass diese Achterbahn vor und zurück wackelt. Ich weiß nicht, wie. Aber das ist so vor allem die Sensation, die ich bekommen habe. Und wenn dieses Teil over the shoulder restraints hätte, wäre ich dort gestorben. Ich bin überzeugt davon. Das wäre kein, hätte kein gutes Ende genommen. Ihr hättet nie diese ganzen tollen Vlogs gesehen. Ihr würdet mich jetzt nicht sehen. Also vielleicht auf YouTube im Jenseits oder so. Keine Ahnung. Vielleicht komme ich auch in die Hölle. I don't know. Aber diese Bahn ist einfach echt kacke. Beide Bahnen davon, also mit den Westenbügeln ist es noch in Ordnung. Mit diesen Originalbügeln ist das eine Katastrophe. Und ja, die Fahreigenschaften sind unfassbar kacke. Es soll wohl einen einzigen SLC auf der Welt geben. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich blende ihn euch bestimmt gerade ein. Der einmal komplett retract wurde. Das heißt, komplett neue Schienen. Einmal komplett überarbeitet. Quasi eine neue Achterwand, nur mit gleichem Layout. Und der soll sich wohl echt gut fahren. Und deswegen auch einer der besten SLCs, also der beste SLC erstmal sein. Gleichzeitig aber auch eine echt gute Achterbahn sein. Und das kann ich mir tatsächlich sogar vorstellen. Weil eigentlich sind das kraftvolle Bahnen mit vielen Überschlägen. Gerade dieses erste Element. Wenn das smooth wäre, könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass das richtig geil ist. Aber ist es halt nicht. Und wenn du da halt so die ganze Zeit rumschlackerst und vermutlich als jemand in der allgemeinen Public, der vielleicht noch ein bisschen mehr Angst hat vor Achterbahn, da würde ich auch anfangen zu denken, okay, scheiße. Das war's. Das fällt hier gleich alles auseinander. Ich bin tot. Ja, tschüss. Alle, die mich jemals geliebt haben. Passiert natürlich nicht. Aber you get the point. Und tatsächlich hat Vekoma allerdings mittlerweile ein Nachfolgemodell davon auf den Markt gebracht, nämlich den Vekoma STC, den Suspended Thrill Coaster. Das ist, bisher gibt es da nur zwei Anlagen von einer in Irland, die vermutlich den meisten von euch nicht ganz so viel sagt. Und Hals über Kopf in Trips Drill, was vielleicht mehr Leute von euch kennen, weil es eben in Deutschland ist. Und das sollen unglaublich gute Bahnen sein, also für Suspended Coaster einige der besten, die es auf der Welt gibt. Es sollen wohl auch immer mehr davon gekauft werden. Die werden oft mit so einem kleinen Family Boomerang verkauft. Und das macht ultra coole Interaktionen zwischen den beiden Bahnen. Und ja, das sieht einfach cool aus. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr nach Trips Drill oder so, I don't know. Aber wenn Vekoma so eine Standardausführung von diesem Modell rausbringen könnte, die sich quasi an dem Footprint von einem SLC orientiert, wäre das so geil. Weil stellt euch mal vor, viele Parks, kann ich mir gut vorstellen, wollen das Teil auch loswerden. Aber früher, als sie die gekauft haben, waren die halt billig und haben die Massen halt beeindruckt, weil oh, man hängt unter der Schiene, wie beeindruckend und so. Und man ist so oft über Kopf, wow. Aber mittlerweile kann ich mir gut vorstellen, dass viele von den Dingern auch von der Allgemeinheit in diesen Parks einfach verhastet sind, weil sie einfach nicht angenehm zu fahren sind. Die Teile wegmachen und ein geiles neues Replacement von einem Vekoma SCC da hinpacken. Vielleicht sogar mit einem ähnlichen Layout. Könnte echt geil sein. Und das wäre so cool, dass es gilt für beide Parks, wo ich das jetzt bisher gefahren bin. Also Valibi-Belgien und Valibi-Holland, natürlich mit separater Thematisierung. Zu Valibi-Holland werde ich, glaube ich, auch nochmal ein komplettes Verbesserungsvideo machen, falls ihr das nicht gesehen habt im Vlog. Ich fand den Park leider nicht so geil. Aber ja, Vekoma-SLCs, wenn ihr das seht und nicht darauf versteift seid, euch so viele Achterbahn-Counts wie möglich zu holen, verzichtet auf die Dinger. Und mit dieser Meister-Yoda-Impression, warum auch immer ich die gerade gemacht habe, verabschiede ich mich nun. Und ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Es macht mir eine Riesenfreude, unterstützt mich kostenlos. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, weil eigentlich kommen wöchentlich Videos, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, habe ich gerade schon gesagt. Und jetzt die Verabschiedung. Tschüss. Ihr denkt bestimmt, dass er es vergessen hat. Ihr denkt bestimmt, er hat es nicht beachtet. Oder vielleicht denkt ihr, dass er es zur Seite geschoben hat, um gewissen Personen in diesem Space zu gefallen. Aber nein, ihr hört die Melodie in eurem Kopf klingeln. Und er tut es auch, denn es gibt keine Ahnung, wie... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020